Die Deutschen sind immer noch zu dick, gibt der Fettleibigkeitsbericht der Bundesregierung bekannt. Und sie werden immer dicker. Auch dagegen soll der Euro-Rettungsschirm helfen. Es ist ja gut fürs Klima. Sie binden CO2. Das Gesundheitsministerium will etwas gegen Übergewicht unternehmen und in den Kneipen Rauchpflicht einführen. Wir sollten keine Vorurteile entwickeln. Schade, der alte Bundespräsident hätte gesagt, Übergewicht gehört zu Deutschland. Morgen geht's weiter.